So, einen schönen guten Abend wünsche ich. Hier ist mal wieder der Ernst 21 und heute Abend vor dem Landgericht. Es ist kurz nach Mitternacht. Der Chris R. steht neben mir und wir spazieren jetzt ein bisschen Richtung Beleuchtung, Richtung Licht. Ja, nach der unglücksehlichen Geschichte mit dem Südflügel, mit der Absperrung des Südflügels, denken wir ja unwillkürlich, wenn das Bahnkamel singt, tanzen die Staatsesel in Baden-Württemberg. Aber wir haben noch ein Geheimmedizin und diese Geheimmedizin heißt Anfechtung der Volksabstimmung. Und damit können wir den Eseln, den Staatseseln vielleicht doch noch Beine machen. Ich habe heute meine Anfechtung der Volksabstimmung, die im Zusammenwirken mit Helfern entstanden ist, für deren Hilfe ich mich gerne bedanken möchte, habe ich heute diese Anfechtung eingeworfen vorhin. Und zwar ist es so, dass ich mich nicht nur gegen die Äußerungen der Bürgermeister wende, die ich weithin für nicht objektiv halte und so für schädlich für eine faire Volksabstimmung, sondern ich habe auch das Volksabstimmungsgesetz insgesamt und auch Teile der Landesverfassung Baden-Württemberg als grundgesetzwidrig gerübt und habe beantragt, dass der Staatsgerichtshof diese verfassungsgerichtlichen, also grundgesetzlichen Rechtsfragen dem Bundesverfassungsgericht vorlegt und so lange das Verfahren am Staatsgerichtshof aussetzt. Außerdem habe ich beantragt, dass diese grundgesetzwidrig kurze, lediglich einmonatige Anfechtungsfrist für die Volksabstimmung auch für grundgesetzwidrig erklärt wird und dass eine Fristverlängerung gewährt wird von sechs Monaten gerechnet vom Datum der Erstveröffentlichung des amtlichen Endergebnisses im Staatsanzeiger Baden-Württemberg vom 16.12.2011. Das ist also für mich ein Versuch, dass wir faire Bedingungen haben für dieses Anfechtungsverfahren und dann kommt auch noch hinzu, dass eigentlich dieses Volksabstimmungsgesetz nach meiner Meinung im Grunde genommen keine Anspruchsgrundlage bietet, eine Volksabstimmung dann anzufechten, wenn sie mit unfairen, unsachlichen Äußerungen von Stuttgart 21 Befürwortern gewonnen worden ist. Chris, darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast mir also schon mal in ganz dürren Worten von deinen Plänen erzählt und was bei mir hängen geblieben ist, ist so nach dem Motto, ja, es gibt ein Gesetz, wonach Politiker lügen dürfen, aber das gilt nur bei Wahlen, aber diese explizite Erlaubnis zu lügen steht nicht im Wahlgesetz für die Volksabstimmung oder sowas. Ja, das muss man andersherum sehen. Im Meer des Erlaubten gibt es Inseln des Verbotenen. So sehen wir das normalerweise in Deutschland, auch wenn da etliche Bananen im Weg liegen. In China wäre das so, da könnte man sagen, im Meer des Verbotenen gibt es Inseln des Erlaubten, aber das, was bei uns nicht verboten ist, ist erlaubt. Und da es nicht verboten ist, nach dem Volksabstimmungsgesetz mit unwahren Äußerungen eine Abstimmung zu manipulieren, muss das eben als erlaubt gelten. Und jetzt ist das Problem, und damit beschäftigt sich meine Anfechtung der Volksabstimmung, dass man im Wege einer Lückenfeststellung im Volksabstimmungsgesetz und einer sogenannten schöpferischen Rechtsfortbildung, das ist also ein Ausdruck vom Bundesverfassungsgericht, eine Lücke schließt. Und zwar, dass man an die Stelle der nicht vorhandenen Regelung, die so etwas verbietet, also die so eine Manipulation verbietet, also an die Stelle dieser nicht vorhandenen Regelung, eine Regelung hinkonstruiert, die den Geist praktisch des Rechts in dieser Leerstelle verkörpert und damit diese Lücke schließt. Das ist also der Hauptteil meiner Argumentation. Und da es ja eine grundgesetzliche Argumentation ist, liegt es ja nahe, dass also zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht, dem ja die Auslegung des Grundgesetzes obliegt, in dieser Frage tätig wird. Aber der Staatsgerichtshof Baden-Lüttemberg, der hier am Oberlandesgericht Stuttgart angesiedelt ist, der hat selbstverständlich auch selbst das Recht, diese Lücke zu schließen. Und damit er das auch gut machen kann, habe ich in meiner Anfechtung über einen relativ großen Anteil von vielleicht drei, vier Seiten aus einem sehr interessanten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zitiert, sodass der Staatsgerichtshof im Grunde genommen ein bisschen veranlasst ist, auf die richtigen Gedanken selbst zu kommen. Und man könnte sagen, vielleicht halb schlugen, halb trugen wir ihn. Ich meine, wir wissen ja jetzt, dass wir wieder alleine dastehen. Von Gerichten haben wir eigentlich noch nie was wirklich gekriegt. Ja, Ausnahme, jetzt der Juchtenkäfer, der ist jetzt da tatsächlich gerichtlich anerkannt. Und ja, vielleicht tut sich was. Wie schätzt du jetzt mal, versuch mal einzuschätzen, wie die Aussichten da sein könnten? Also ich habe die letzten Tage, auch eigentlich die letzte und die vorletzte Woche, viel hin und her überlegt, weil ich versucht habe, das, was ich vorhatte, selbstkritisch zu betrachten und es auf Schwachstellen abzuklopfen. Ich habe dann diese Schwachstelle gefunden, dass es eigentlich diese Anspruchsgrundlage nicht gibt und habe mich eigentlich sehr sorgfältig, auch unter Verwendung meiner Erfahrung, die ich auch in solchen ähnlichen Rechtsfragen habe, auch vor dem Verfassungsgericht, diese Lücken zu füllen und eine Argumentation zusammenzubauen, rechtlich begründet mit Belegen auf die Rechtsprechung vom Verfassungsgericht und vom Bundesgerichtshof, dass eben der Staatsgerichtshof im Grunde genommen diese Anfechtung nicht zurückweisen kann. Und wenn er es jedoch vorhätte, dass es ihm dann jedenfalls sehr, sehr schwer fallen müsste. Und ein Wort noch zu dieser Regelung, auf die du, Peter, vorhin angesprochen hast. Es ist diese Regelung des Paragrafen 108 Strafgesetzbuch Wählertäuschung. Bei diesem Paragraf ist interessant, dass der Bundesgerichtshof im Jahre 1956 schon entschieden hat, dass der Schutzzweck dieser Regelung, also des 108a StGB, Wählertäuschung, eben nicht darin besteht, dass die Wähler davor geschützt werden, dass mit erlogener Propaganda ihre Meinungsbildung manipuliert wird. Sondern diese Regelung ist eher dafür da, dass zum Beispiel ältere, gebrechliche Leute, die am Krankenbett sind, im Altersheim sind und eigentlich ihr Kreuz links machen wollen, dass die also eine Handhabe haben, wenn ihre Hand wieder ihren Willen nach rechts geführt wird, zum Nein. Dass die also praktisch vom Krankenbett her die Möglichkeit haben, so eine Wählertäuschung durch Versetzen des Kreuzes anzufechten. Aber im normalen Meinungsbildungsprozess ist dieser Schutzzweck leider nicht gegeben. Auch das habe ich als grundgesetzwidrig angefochten. Also du hast jetzt größte Mühe gegeben, das so zu formulieren, dass das nicht im Vorfeld abgewiesen werden kann. Und wenn es dann zur Verhandlung kommt, ist ja damit auch zu rechnen, dass man nicht gleich alle Rechte kriegt, die man sich erwünscht, erhofft. Wie weit würdest du denn gehen? Also für mich sieht es so aus, ich habe in meiner Anfechtung an mehreren Stellen darauf hingewiesen, dass das meine Rechtsmeinung ist. Und falls diese Rechtsmeinung wieder erwarten nicht richtig sein sollte, ich bin ja kein Anwalt, ich habe mich zwar gut eingearbeitet, habe auch einiges an eigener Erfahrung, aber habe das ja eben nicht studiert. Deshalb habe ich um einen richterlichen Hinweis gebeten und das Zivilprozessrecht im § 139 ZBO sieht zum Beispiel vor, dass in solchen Fällen das Gericht die Pflicht hat, einen richterlichen Hinweis zu erteilen, bevor es entscheidet. Das heißt, man soll vom Gericht praktisch einen Vorabhinweis bekommen, damit man seine rechtliche Argumentation auf die Ansicht des Gerichts rechtzeitig einstellen kann und auf diese Weise noch Einfluss nehmen kann auf die Entscheidung des Gerichts. Falls das Gericht sich nicht daran hält, wäre es ein Verstoß gegen das rechtliche Gehör und somit gegen Verfahrensgrundrechte und würde auch auf diese Weise den Weg zum Bundesverfassungsgericht ermöglichen. Ah ja, also entweder du hast die Möglichkeit, die Argumentation nachzubessern oder wenn dir die Möglichkeit nicht gegeben wird, ist es damit ein Verfahrensfehler. Also das ist mal eine nette Zwickmühle auf deiner Seite. Ja, ich habe versucht, praktisch mit doppeltem Boden da zu fahren. Also ich sehe, du bist ziemlich gut eingearbeitet in die Materie. Ja, das denke ich auch. Wobei ich natürlich auch nur ein Mensch bin und Fehler mache. Ja, Gott sei Dank. Das tun wir alle. Aber jetzt, sagen wir, wie lange hast du jetzt an diesen 18 Seiten, wie du mir erzählt hast, gefeilt? Wie lange braucht sowas, bis sowas im Umschlag steckt? Ja, es haben viele Esel gesungen. Und das auch noch, ja. Also einfach mal eine Zahl, wie viele Stunden Arbeit, harte Arbeit, wie sich es anhört, stecken da drin. Na ja, das fängt schon an, wenn man aufwacht, dass man nachdenkt oder ich nachdenke, wie könnte es das machen. Und wenn man locker ist, fallen einem von den Ideen hin her die besten Dinge meistens ein. Und dann geht es eben darum, ein Gerüst zu bauen im Hinterkopf, wie man das macht. Wenn man das gut durchdacht hat und dann Erfahrung hat in solchen Sachen, also ich habe, sagen wir mal schon, relativ gut Erfahrung, dann fällt es im Grunde noch mir relativ leicht, das zu schreiben. Aber von den Stunden her, also ich denke mal 40, 50 Stunden diese rechtliche Ausarbeitung und vielleicht nochmal 30 Stunden Rechtsrecherche. Und dann kommt natürlich noch der ganze E-Mail-Verkehr mit den Äußerungen von Bürgermeistern und das Sichten der E-Mails und alles dazu. Also das kann ich wahrscheinlich gar nicht genau beziffern, wie viel das war. Also das heißt schon, so die ganzen vier Wochen Einspruchsfrist bist du da dran gesessen? Also ich habe angefangen am 2.12.2011. Aha, aha, aha. Na nee, halt, das müssen sechs Wochen sein, oder wie? Ja, die Abstimmung war ja vorher schon bekannt. Das vorläufige Endergebnis war ja schon am 27.11. am Tag der Abstimmung um 20.55 Uhr bei www.statistik.bw. Das ist also das Landesstatistikamt von Baden-Württemberg schon veröffentlicht. Und das ist sehr nah am amtlichen Endergebnis, was dann im Staatsanzeiger Baden-Württemberg am 16.12. veröffentlicht wurde. Das ist übrigens auf der Seite 32 und man kann es hier in der Landesbibliothek im Fach 1025 oben auf der E-Mail-Verkehr selbst anschauen. Die Frist läuft also mit der amtlichen Veröffentlichung. Genau. Und weil heute Montag ist, hat es sich bis heute Montag verlängert. Normal wäre es am Sonntag abgelaufen, aber weil das ein Sonntag ist, verlängert sich die Frist bis zum Ende des abnächsten Werktags. Also bis vorhin. Gut, also bleibt zu hoffen, dass wir damit auch nochmal ein Schäufelchen Sand im Getriebe der Bahn haben. Und was sind jetzt deine nächsten Pläne? Also zunächst möchte ich den Text der Anfechtung ins Internet stellen. Und da werde ich morgen Kontakt aufnehmen, ob es bei Kopfbahnhof 21, parkschützer.de und an sonstigen Stellen im Aktionsbündnis erscheint. Und sicherlich auch irgendwo auf der Kampfsseite zu finden sein wird. Und für die Leute, die kein Internet haben, denke ich darüber nach, ob wir es vielleicht gemeinsam ausdrücken können. Und dass es dann an der Mahnwache am Nordausgang auch in Papierform mitzunehmen ist, im begrenzten Umfang. Gut, also wer informiert ist und sich informiert hält, wird auch da dran kommen, wenn er die Augen offen hält. Chris, ich danke dir nochmal vielmals für die Zeit und für die Mühe. Also einmal für die Mühe, die du dir im Namen aller Gegner von Stuttgart 21 machst. Und auch hier für die Zeit, die du dir genommen hast, hier ein bisschen was zu sagen. Sowas kommt an. Das findet Verbreitung. Und ich wünsche dir viele Mitstreiter, dass du nicht mehr alles alleine machen musst. Ja, danke schön. So, damit gehen wir einfach auf.